Heute bauen wir einen Matrix-Effekt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um JavaScript bzw. um eine richtig coole Animation aus Matrix, die wir heute bauen werden. Und zwar dieser coole Screen, wo die Buchstaben so von oben nach unten gehen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, sollte aber dem einen oder anderen definitiv ein Begriff sein. Und ja, damit legen wir direkt los. Wie immer setze ich ein bisschen JavaScript voraus, was heißt für dieses Video solltet ihr auf jeden Fall JavaScript schon mal gehört haben und auch schon mal einiges damit gemacht haben. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung ist Discord. Da könnt ihr einfach der Community joinen oder Fragen stellen. Ansonsten verlieren wir keine Zeit, legen los und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Wie ihr seht, haben wir hier einen schönen Matrix-Effekt, diesen werden wir heute bauen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und ihr könnt es auch ziemlich einfach nachmachen. Und ja, damit legen wir direkt los. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung eine Live-Demo und ansonsten, ja, auf geht's! So, hier seht ihr auch schon das, mit dem wir heute arbeiten werden. Das ist meine Standard-Entwicklungsumgebung, diese findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. In unsere Index-HTML haben wir nicht sonderlich viel, sondern nur eine einzige Div-Box mit zwei Attributen, nämlich einmal eine ID und einer Klasse mit jeweils Matrix als Value. Das Ganze hier ist ziemlich einfach und da machen wir heute nicht mehr mit, deswegen schließe ich das. Unsere Main-SAS sagt einfach nur, dass unsere Matrix wirklich 100% abdeckt, was heißt, dieses ganze Viereck hier ist unsere Matrix. Mehr machen wir hiermit auch nicht, deswegen schließe ich das auch. Grundsätzlich ist das auch schon alles, was wir heute in Klammern anfassen werden. Und was jetzt kommt, ist eine ganze Menge JavaScript. Und zwar als erstes brauchen wir eine Klasse, was heißt, wir definieren uns heute mal keine Funktion, sondern eine Klasse mit Matrix-Animation. Unsere Matrix-Animations-Klasse besitzt natürlich wie jede Klasse oder wie jede vernünftige Klasse, sage ich mal, einen Konstruktor und unser Konstruktor braucht natürlich einige Properties, damit wir da später alles einsetzen können. Und zwar einmal unser Element, wo wir später unsere Matrix drin erstellen wollen. Dann brauchen wir Letters Color, das heißt, welche Schriftfarbe haben wir, Letter Size, welche Schriftgröße haben wir, Font, also welche Font nutzen wir und welchen Speed haben wir. Das Ganze können wir natürlich jetzt auch noch optimal dokumentieren, wie wir in einem letzten Video gelernt haben. Und zwar, zack, jetzt haben wir alle Properties als Kommentar. Hier könnte jetzt natürlich noch jeweils ein kleiner Kommentar stehen. In meiner Live-Demo auf CodePen ist das natürlich gemacht. In diesem Tutorial mache ich das jetzt nicht. Auch hier könnten wir jetzt reinschreiben, zum Beispiel, das hier ist ein Object. Das hier wird später ein String, was heißt, das wird ja ein Farbcode sein. Und das hier zum Beispiel eine Number und so weiter. Wie gesagt, diese Sachen sind in der Videobeschreibung, in dem CodePen, richtig hinterlegt. Hier mache ich das jetzt nicht, aufgrund von ein bisschen Zeitgründen. Grundsätzlich brauchen wir jetzt einige Variablen, und zwar einmal diese vier. Das ist einmal Letters, das werden später die einzelnen Spalten sein, die wir nutzen werden. Dann ein CTX, das ist unser Canvas-Objekt mit einem Kontext, was heißt in unserem Fall ein 2D-Kontext, weil wir ja nur 2D arbeiten. Dann ein Status, ob die ganze Klasse oder die Animation gerade funktioniert oder nicht. Und Speed, Speed ist hier oben schon als Property, wird an diese Klasse übergeben. Und hier ist eine Besonderheit, und zwar, wenn Speed kleiner als 24 ist, dann sagen wir, es soll auf 24 bleiben. Und ansonsten nehmen wir einfach Speed. Grundsätzlich liegt das nämlich daran, dass ich in diesem Video mit Absicht keinen, wie heißt das hier, Animation-Frame nutze, sondern eine ganz normale Set-Intervall-Funktion. Und das liegt daran, dass dieser Effekt einfach viel cooler funktioniert, wenn er nicht jeden Frame läuft. Was heißt, wenn ihr einen 60 FPS-Monitor habt, wie so gut wie alle Monitore aktuell haben, manche von euch werden wahrscheinlich auch ein 120 oder sogar 144-Hertz-Monitor haben fürs Spielen. Und wenn man das mit einem Request-Animation-Frame lösen würde, bräuchten wir definitiv eine Funktion, die die Frames des Browser-Fenters anpasst und so weiter. Und das ist ultraaufwendig, deswegen habe ich das mit Absicht nicht gemacht. Deswegen für jeden, der sich wundert, warum wir das mit Speed lösen und nicht mit einem normalen Request-Animation-Frame. Dann übernehmen wir unsere nächsten drei Variablen, unsere nächsten drei Properties, also diese drei, übernehmen wir einfach. Was heißt, daraus machen wir auch ganz normale Variablen, die wir innerhalb unserer Klasse nutzen können. Dann brauchen wir noch drei weitere, die mit unserem Element zu tun haben. Und zwar definieren wir einmal unser Element als solches und sagen einmal die Höhe und Weite unseres Elements, definieren wir hier einfach mit Offset, Width und Height. Was heißt, so haben wir die Weite und Höhe und müssen die nicht zusätzlich als Parameter übergeben. Sofern wir das jetzt haben, können wir schon weitergehen und wir haben jetzt ja unsere Klasse erstellt. Und das Nächste, was wir jetzt machen können, ist hingehen und sagen, hey, wir wollen jetzt unsere Klasse erstmal erschaffen und sagen deswegen einfach hier mal, wir haben eine neue Variable namens Matrix. Diese ist unsere Klasse, was heißt, wir haben jetzt hier unsere Matrix-Animation. Und hier sage ich jetzt einfach Document Punkt und dann Query Selector. Was heißt, wir wollen jetzt als erstes mal unser Element, was heißt mit der ID Matrix, an unsere Klasse übergeben. Dann wollen wir außerdem an unsere Klasse übergeben, ein Farbcode für die Schriftfarbe. In meinem Fall sage ich hier einfach meine CI-Farbe. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ja, es ist richtig. Sehr schön. Dann unsere Schriftgröße. Dann eine Schrift, in meinem Fall Areal. Und am Ende sage ich noch ein Speed. In meinem Fall sage ich einfach 80. Finde ich persönlich so denn die beste Geschwindigkeit dafür. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert erstmal nicht sonderlich viel. Wenn ich jetzt aber hier reingehe, brauchen wir eine Funktion, die unsere Klasse, beziehungsweise unsere ganze Animation erstmal initialisiert. Und das wird unsere Init-Funktion sein. Was heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal Console.logSys ausgebe, was heißt unsere Klasse, in der diese Animation, beziehungsweise diese Funktion hier gerade gestartet wird, dann kann ich hier unten hingehen und sagen, matrix.init, zack, und rufe die Funktion auf, um unsere Klasse zu initialisieren, beziehungsweise einfach in diesem Fall, um unser Console.logSys auszugeben. Wenn ich das tue, seht ihr hier schon, wir haben jetzt hier wunderbar alles, was wir definiert haben. Was heißt unser Element, seht ihr auch wunderbar, ist unser Div, unsere Div-Box. Dann eine Höhe, eine Weite, eine Größe. Letters ist noch undefined, ctx ist noch undefined, aber das ist ja auch so gewollt, damit haben wir ja bisher noch nichts gemacht. Grundsätzlich, das ist schon mal nicht schlecht, aber was müssen wir jetzt noch in unsere Init-Funktion starten? Als erstes mal müssen wir ein Canvas erschaffen. Was heißt create canvas, woops, canvas, zack. Und hier drin müssen wir jetzt einige kleine Änderungen vornehmen, und zwar als erstes sagen wir sys-element und einfach inner-html gleich nichts. Was heißt, wir löschen einfach erstmal alles raus, was innerhalb unserer Box ist, und diese Funktion rufen wir als erstes auf, wenn wir das hier starten. Was heißt, wir rufen wieder den Kontext auf und sagen sys-canvas. Und wenn ich das mache und beispielsweise in unserer Div-Box irgendetwas drinsteht, dann würde das jetzt mit dieser Zeile einfach rausgelöscht werden. Das nächste, was wir machen, ist, wir erwarten oder wir wollen erwarten, dass unsere Create-Canvas-Funktion ein Element auch entgegennehmen könnte. Das hat den Grund, dass sofern wir zum Beispiel mit Browser-Resize unsere Init, beziehungsweise diese Funktion später extern aufrufen, dass wir das neu rendern können, falls sich die Maße verändert haben. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen was vornehmen, und zwar kopiere ich mir das jetzt einfach mal hier rein, und zwar sagen wir unsere Standardweite, machen wir davon abhängig, ob zum Beispiel hier Element Punkt und dann hier Offset Width vergeben wird, und hier unten natürlich das Gleiche und zwar mit Offset Height. Und hier sage ich jetzt, okay, wenn das der Fall ist, dann übergebe das bitte, was heißt, wenn Element vergeben wird, das heißt, wir können das eigentlich auch so schreiben, wenn Element vergeben wird, dann nehmen wir die neue Elementweite und setze sonst die normale Weite. Und ansonsten wird das hier halt neu zugewiesen, und so können wir das Ganze später responsive anpassen, falls wir das möchten, wohlgemerkt. Also es wird das nicht standardmäßig tun. Das könnte man auch noch dazu schreiben, aber dann wäre es doch ein bisschen sehr umfangreich. Das nächste, was wir machen, wir müssen jetzt unser Canvas erschaffen, und dazu lege ich jetzt eine neue Variable an und sage Document Punkt und dann Create Element, und hier wollen wir ein ganz einfaches Canvas Element, das heißt Canvas, zack, Element erstellen, und hier können wir jetzt mit Canvas Punkt und dann Add, was wollen wir, nee, Set Attribute, und hier wollen wir jetzt einiges hinzufügen, und zwar einmal eine ID, und zwar ist unsere ID einfach Canvas, und diese Zeile kopieren wir uns jetzt zweimal und sagen hier unten, die Höhe wollen wir auch noch setzen, und die Weite wollen wir auch setzen, und zwar natürlich einfach hier mit unseren Standardwerten, was heißt Höhe und Weite, und das Ganze können wir jetzt abspeichern, aber es wird noch nichts passieren, weil das nächste, was wir brauchen, ist, wir definieren jetzt als erstes mal unseren Canvas, was heißt unser Objekt, und hier sage ich jetzt, zack, Canvas, und dann hier Punkt, und was machen wir hier als nächstes, get, bla bla bla, was machen wir, Kontext, und hier sagen wir, wir sind in einem 2D-Kontext, das heißt, wir machen ja keine 3D-Animationen, sondern nur 2D, und das nächste, was wir hier ebenfalls machen, ist, wir haben hier unsere Letter, und die wollen wir jetzt definieren, und zwar können wir das ganz einfach, so ist Letters, ups, gleich, so, und hier sagen wir Mass.Floor, das heißt, wir wollen das gerne teilen, oder gerade teilen, besser gesagt, und sagen hier unsere Weite durch Sys.Lettersize, und hier sagen wir, ja, Sys.Lettersize, so, und das nächste, beziehungsweise das sollten wir nochmal anpassen, das ist nämlich nicht korrekt, das heißt, das definieren wir erst hier, und hier definieren wir uns einfach mal die Spalten, was wir hier gerade gemacht haben, und sagen hier unsere Spalten, das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach unsere Weite, teilen das durch unsere Schriftgröße quasi, und dadurch erhalten wir die Zeilen, also die einzelnen Spalten, wo später unsere Matrixziffern runter sausen quasi, und das Ganze ist ziemlich cool. Allerdings müssen wir jetzt hier raus uns noch ein Array erstellen, das heißt, wir wollen später das Ganze als Array haben, und machen das im Prinzip am Anfang mit Fill 0, das heißt, die sollen einfach leer sein, und wenn wir das Ganze jetzt hier einfach mal aufrufen, console.log, zack, und speichern das hier ab, dann seht ihr hier, wir haben 45 Spalten, beziehungsweise 45 Werte im Array, und das Ganze funktioniert wunderbar. Wir können jetzt, wie ja schon gesagt, das Ganze auch mit, ja, Resize anpassen, was heißt, wir können jetzt hier hingehen und sagen, window.addEventListener, sagen hier Resize, so, so, genau, und haben jetzt hier unser Element, und können jetzt einfach unsere Matrix aufrufen, das heißt, die neue Geschichte hier, und rufen jetzt hier drin einfach Create Canvas auf, so, und übergeben hier wieder unser Objekt, das heißt, unsere Funktion erwartet hier ein Element, und wenn ich das Ganze jetzt hier drin habe, und hier einfach mal längs hinschreibe, und ich das hier jetzt hochziehe, verändert sich, seht ihr hier die Zahl, was heißt, es wird jedes Mal neu aufgerufen, da ich aber nicht die Weite verändere, das kann ich ja so einfach mal machen, seht ihr hier, es wird jetzt kleiner, und umso größer ich werde, umso mehr wird das, was heißt, so verändert sich jetzt permanent unsere Spaltenaufteilung, was heißt, es wäre jetzt schon responsive angepasst, allerdings fehlt uns noch etwas ganz Wichtiges, und zwar müssen wir ja noch Sys.Element, und dann hier sagen wir einfach Append, und hier sagen wir Canvas, so, das Ganze speichern wir jetzt ab, wenn ich jetzt hier einfach mal untersuche, und das Ganze natürlich so mache, dass ihr auch was seht, sehen wir hier, wir haben unser Matrix-Diff-Container, und da drin haben wir jetzt einen neuen Canvas, mit der ID, Canvas, und der Höhe und Weite, was heißt, das ist schon mal super, das können wir jetzt so einfach bei lassen, und jetzt können wir weitermachen, und zwar wollen wir jetzt, haben wir ja eine Init-Funktion, wo wir als erstes unseren Canvas erstellen, das ist ja gut und schön, und das funktioniert auch, wie ihr seht, wunderbar, was jetzt natürlich noch fehlt, ist eine Funktion, die das Ganze auch animiert, und das machen wir jetzt, und zwar sagen wir dazu einfach, DrawAnimation, das ist unsere Funktion, die das alles übernehmen wird, und hier sagen wir als erstes, Sys.ctx, und hier sagen wir jetzt Punkt FillStyle gleich Sys Punkt LetterColor, das heißt, wir sagen als erstes, wir wollen jetzt das nächste Element, was kommt, in unserem Fall sagen wir hier einfach ctx.font, wollen wir gerne in unserer Schriftfarbe machen, und hier sagen wir Chip, Chip, ein String, und als erstes müssen wir hier natürlich wieder unsere LetterSize nehmen, was heißt, hier definieren wir die Schriftgröße, und zwar mit pt, und im Anhang sagen wir SysFont, was heißt, da wollen wir gerne unsere Font haben, und damit wird jetzt praktisch in dem Moment, wenn wir diese Funktion hier aufrufen, alle Schrift, die hier erstellt wird, oder die generiert wird, quasi einfach nur diese Schriftgröße gesetzt, und diese Schriftfamilie, und diese Schriftfarbe. So, das nächste, was wir machen ist, wir machen Sys.letters, das wollte ich nicht, sondern ich wollte hier unsere Letter nehmen, und hier drin sagen wir for each, und hier wollen wir gerne einmal unseren y-Wert, weil das wird später mehr oder weniger unser y-Wert sein, und unseren Index übergeben, das heißt, wir wollen später auch mit dem Index ein bisschen was machen hier drin, und hier wird jetzt quasi das Wichtigste dieses ganzen Effektes gemacht, und zwar als erstes sagen wir eine neue Variable, und zwar randomSymbol, was heißt, wir haben jetzt hier ein randomSymbol, und das erzeugen wir einfach aus String, und dann können wir hier nehmen from Chartcode, und hier sagen wir mass.random, und hier mal 128, was heißt, nehmen wir einfach irgendein zufälliges Symbol, und hier sagen wir jetzt, unser x-Wert ist Index mal, ups, Sys.lettersize, was heißt, das wird unser x-Value sein, und jetzt können wir nämlich hier hingehen, und das Ganze auch zeichnen, was heißt, wir sagen Sys, ctx, und hier sagen wir jetzt, ups, fill text, und hier können wir jetzt einfach unser randomSymbol nehmen, das wollen wir gerne füllen, sagen hier unseren x- und unser y-Wert, und damit haben wir jetzt unsere Zeilen geschrieben, beziehungsweise wird jetzt erstellt, und was wir jetzt machen müssen, ist natürlich das Ganze zu animieren, das heißt, wir haben hier eine kleine if-Funktion, und zwar sagen wir y gleich 250 plus mass.random, was heißt, einen zufälligen Wert mal 15.000, das Ganze hat einen Grund, den werde ich gleich erklären, das heißt, ich sage jetzt einfach Sys.letters, und sage hier gerne Index, und hier gleich 0, was heißt, unsere, hier ist nicht gleich, sondern größer, was heißt, wir wollen jetzt als erstes, unsere Buchstaben gehen ja von oben nach unten, und in dem Moment, wenn unser Buchstabe, unser y-Wert, also der Wert nach unten quasi, größer als 250 plus einen zufälligen Faktor ist, soll das Ganze einfach auf 0 gesetzt werden, was heißt, er soll wieder oben beginnen, weil hier seht ihr ja, unser y-Wert wird hier auch als y-Wert übernommen, und geht halt immer weiter runter, außer er wird halt größer als 250 plus einen Zufallswert, was heißt, dieser Wert hier, dieser Parameter bestimmt, wie lang diese Ketten von Symbolen werden können, was heißt, umso kürzer, also kleiner dieser Wert ist, umso früher hört er wieder auf, und dann hat er mehr so eine Buchstabenkette, die einfach gleichzeitig runter geht, als ganz viele Random Symbole, was heißt, umso größer dieser Wert ist, umso besser wird das, aber damit könnt ihr selbst ja ein bisschen rumspielen, was euch am besten gefällt, und wenn das nicht der Fall ist, also ein, der normale Fall quasi, wenn das einfach kleiner ist als unser Parameter, dann sagen wir Sys.letters Index, was heißt, den Letter, den wir gerade haben, definieren wir einfach als Y plus, Klammer auf, Sys.lettersize, und hier sagen wir zusätzlich noch, ja, einfach Sys.letterzeug, das reicht eigentlich schon, ja, muss ich da gar nicht machen, so, speichern wir das Ganze mal ab, und in dem Moment passiert hier absolut gar nichts, ein bisschen nüchternd, und das passiert deswegen, weil wir diese Funktion halt noch nirgendwo aufrufen, das müssen wir jetzt machen, was heißt, hier unten in unserer Init-Funktion, sollten wir irgendwie, ja, unsere Animation starten, und das Ganze können wir relativ simpel, wie schon gesagt, wir setzen hier auf einen Set-Intervall, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich, vor allem die Leute, die schon ein bisschen länger mit JavaScript arbeiten, werden wahrscheinlich sagen, warum machst du nicht Animation-Frame, Animation-Frame ist viel performanter, das stimmt, und man sollte es in jedem Fall tun, es ist viel besser, mit Animation-Frames zu arbeiten, als das, was ich gerade tue, der Grund ist einmal, dieses Video ist so schon sehr lang, machen wir sowieso nicht so, dass ich das jeden Frame animieren soll, sondern wir wollen mit Absicht, die Geschwindigkeit ein bisschen anpassen, aber wie gesagt, es wäre richtig und besser, mit einem Request-Animation-Frame zu arbeiten, und wer das Ganze in Production nutzen möchte, der sollte das hier auch unbedingt, Klammern, erweitern. Er kann ja auch gerne meinen Code-Pen nutzen und das Ganze unten zur Verfügung stellen, dann teile ich das auch lieben gerne, bei mir war es jetzt einfach aus Zeitgründen nicht der Fall. So, grundsätzlich wollen wir hier drin jetzt einfach unsere Draw-Animation-Funktion starten, was heißt, so starten wir das jetzt alles, und ihr seht hier schon was passiert, es wird ziemlich schnell sehr voll, und das liegt an einem ziemlich einfachen Grund, und zwar habe ich das mit Vollabsicht noch nicht gemacht, und zwar ist ja ein Canvas, ist ja quasi wie ein Canvas, was heißt, in dem Moment, wenn ich ihn starte, wird einfach jede Schicht bei jeder Animation übereinander gelegt, und er rendert immer nur das, was er gerade sieht, was heißt, in dem Moment, wenn ich das hier mache, verschwindet das Letzte nicht, und deswegen muss man bei einem Canvas immer, absolut immer, am Ende oder am Anfang, sagen, okay, ich möchte unseren Canvas nehmen und sage jetzt fill style, und hier sage ich jetzt rgba, was heißt, wir wollen einen RGB-Code nehmen, aus schwarz, und wollen am Ende sagen 0.1, was heißt, so ein bisschen transparenten RGB-Code, und das nächste, was wir machen, ist, wir zeichnen jetzt auf unserem CTX im Prinzip einfach nur einen Rectangle, Rectangle, was heißt fill Rectangle, mit 0,0,Sys.Wiz und Sys.Height. So, wenn wir das Ganze nämlich jetzt machen, seht ihr, das Ganze fliegt quasi nach unten in einem ziemlich abartigen Tempo, und das liegt daran, dass wir hier unsere Intervallfunktion starten, die jetzt gerade mit 0 Sekunden läuft, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir haben hier mit voller Absicht unsere Speed-Variable, und wenn ich die hinzufüge, seht ihr hier schon, das Ganze verhält sich jetzt deutlich besser, als man ursprünglich, oder als es gerade aussah, und ihr seht hier jetzt auch schon, wie sich die Zeichen darunter hangeln, allerdings würde ich jetzt mal kurz erklären, nämlich, wenn man hier beispielsweise diese Funktion oder diesen Parameter ein bisschen kleiner macht, dann seht ihr jetzt hier, was passiert, und zwar sind diese Sachen, oder sind die mehr wie eine Welle, und hören auch viel früher auf. Gleichzeitig, wenn ich hier zum Beispiel sage 55.000, dann wird das Ganze wahrscheinlich viel einsamer sein, wie ihr hier schon seht, deswegen kann man da ein bisschen ausprobieren, was einem persönlich am besten gefällt. Ich persönlich habe 15 für mich eigentlich als ziemlich nett erfunden, deswegen würde ich das so weiterempfehlen. Grundsätzlich ist unser Effekt jetzt auch schon fast fertig, allerdings haben wir hier noch eine Variable, und zwar Status, und Status soll uns später ermöglichen, etwas zu tun, und zwar, if Status ist true, dann soll er unsere Animation hier auch wirklich rendern, wenn das nicht der Fall ist, soll er das nicht tun, und deswegen brauchen wir jetzt hier eine neue Funktion, und diese nenne ich einfach PausePlay, und PausePlay hat die Aufgabe, Sys Status zu verändern, und zwar, wenn Sys Status true ist, dann soll es auf False gesetzt werden, und ansonsten auf True, und diese Funktion können wir jetzt einfach aufrufen, zum Beispiel hier unten bei einem Set Timeout, zum Beispiel nach 5 Sekunden, rufen wir jetzt einfach in unserer Matrix diese Funktion auf, und wenn ich jetzt einfach mal laufen lasse, und kurz 5 Sekunden warte, dann müsste das hier jetzt gleich anhalten, was heißt, seht ihr, es hat angehalten, und ich könnte das alles jetzt wieder starten, zum Beispiel, wenn ich hier einfach auch einen Set Intervall nehme, und einen Intervall von, keine Ahnung, vielleicht 2000, und jetzt müsste das theoretisch andauernd stoppen, und wieder loslegen, was heißt, gleich legst du noch zwei Sekunden wieder los, und es hält wieder an, und es legt wieder los, was heißt, ihr habt so die Möglichkeit, das Ganze auch irgendwie anzuhalten, zu steuern, wenn der User irgendwas macht, und der ein oder andere wird sich jetzt fragen, ja, wie sieht das denn aus mit der Performance, das Ganze ist nicht wirklich tragisch, also mein CPU ist, obwohl ich gerade eine 4K-Aufnahme mache, Audio in Hochqualität aufnehme, und noch einige Programme nebenher laufen habe, brauche meinen Brave-Browser, den ich gerade offen habe, um das hier alles zu erstellen, irgendwas zwischen 0,1 zu 0,2 Prozent der CPU-Auslastung, deswegen sollte das auch performance-technisch nicht wirklich ein Problem sein, falls doch, schreibt es in die Videokommentare, und ansonsten, ja, hoffe ich, hat euch das Video gefallen, und wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, viel Spaß, und ciao. Das war's wieder für diese Woche, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch, und einen Kommentar unter dem Video, ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung, wie immer, alle Social Media Links, oder ihr könnt auch den Channel unterstützen, ansonsten, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis dahin, viel Spaß, und ciao. Bis zum nächsten Mal.